Mein Name ist Bettina. Ich komme aus Österreich. Ich bin Kontingenzärztin hier in dem Med-Center und gleichzeitig auch die Senior Medical Officer im Eufer Med-Center. Meine Aufgabe ist es, die Soldaten im Camp fit zu halten, damit sie ihre Mission hier in Bosnien gut erfüllen können. Happy International Wellness Day! Happy International Wellness Day!